Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Joach, beim letzten Mal haben wir den Konsul bekämpft, da wurde die Folge ein bisschen länger. Ich hatte zum Glück ein bisschen den Kampf runtergeschnitten, weil der Kampf so übelst lang ging. Ja, wir müssen jetzt noch zurück und das tun, was wir tun müssen. Gegen dich haben wir noch nicht einmal gekämpft und wir werden es offenbar auch müssen. Guck mal, direkt ein neuer Gegner. Der echt doof hängt. Einen Moment, versammelt euch, wir gehen ein bisschen mehr aufs Feld, bitte. Ich will den aufs Feld locken. Den kann man an der Klippe da echt dumm bekämpfen. So, jetzt könnt ihr ruhig wieder kämpfen. Kommt mal hier runter, da oben nützt die mir überhaupt nichts. Der Liebesch ist schon fast tot. Der ist gut. Der ist schon noch gefallen. Und tot ist der. Waah. Wir wollen diesen Ätherkanal plündern. so kann ich nicht einfach sagen ich mache eben kurze schnellreise da ginge zumindest schneller der vorne wie ich hin ich kann einfach in schnell reißen ich rechne mit einer filmsequenz hier we go wenigstens ist diese kolonie jetzt befreit ja wir machen das alles aus eigenem willen ein kleiner vieler und er wird auf einen Schloss Okay. Ja, wie nutzen die richtig? Und zwar sehr richtig. Das trifft auf viele Menschen zu. Auf sehr, sehr, sehr viele Menschen. Wenn Sie noch so denken, würde ich sagen, nein. Also, Sie haben Hoffnung? Ich mache das. Jetzt, dass ich die Bläden mit Ihnen verstanden habe, ich verstehe. Ja. Und, kann ich fragen, warum? Ich möchte, dass Sie mit Ihren eigenen Augen sehen, dass Ihre Faith in uns nicht verpasst. Sie wollen etwas von uns. Mehr als nur Worte, richtig? Ja. Wir müssen auch Taten sprechen lassen. Ja. Ja, bitte. Ja, bitte. Okay, dann. Ich mache das. Ich accepte das Job. Aber was haben Sie von Kevers zu sagen? Ja, natürlich. Natürlich. Ist uns egal. Wir müssen die Mariah. Es ist besonders, wenn sie so stark wie Sie sind. Sie fliehen bei mir? Ich glaube, dass wir nicht mehr so wieder kämpfen müssen. Ja, das alles betrifft auf wie du trainst, nicht wahr? Oh, warum? Und schon berühmt, Manns. Ah, bevor ich mich vergessen, Mio. Ich würde dir ein favori für das. Alles. Danke. Ich gehe nach den Besuchern später. Oh, warte. Ich weiß tatsächlich ein sehr guter Ort, um zu sprechen. Es ist nur... Lauft! Lauft! Er will uns wieder einen Kilometer weit fortschicken. Wir haben sie doch freigeschaltet. Nicht viel. Aber ich werde dir helden wie möglich. Er ist nicht viel. Aber ich werde dir helfen. Aber ich werde dir helfen wie möglich. Ich werde dir helfen. Jetzt kann ich mich nicht mehr sagen. Er sagte, du wolltest sprechen. Das ist korrekt. Lass uns unsere nächsten Schritte diskutieren. Wir können ja mal bei der Küche gucken. Eventuell wird er ja generell da mit uns reden. Ja, du kannst immer 100% geben. Ja, lecker essen. Das sieht auch richtig köstlich aus. So, Sidos, bitte. Wir könnten ja jetzt generell mal die ganzen Sachen hier besprechen. Wo genau will er uns denn bitten? Ich soll uns recht geben? Hm. Hm. Okay. Hm. Ah, ich verstehe schon. Wir sollen als Vorbild dafür dienen, dass sich diese beiden Parteien vertragen können. Das klingt eigentlich nach einer sehr guten Idee. Okay. Ich bin auch kein guter Lehrer. Ich bin auch kein guter Lehrer. Um Gottes Willen. Wie geht das mal? Hätten wir später, äh, ähm, später wollte ich sagen. Früher, ähm, machen können. Also die Schüler. wer wüsste ob die überhaupt mal irgendwann unterricht hätten auch ich will kein unterricht ich will kein lehrer werden nein so wir haben noch viel sachen zu besprechen auf der hut für ronix prax nachschub abwürfe und verabschiedete höhen würd sagen wir gehen jetzt einfach alle einmal durch und zwar der reihe nach das sollte mit den abschubten nachschubdingern sein wohl kaum die müssen sich dann selbst um ihr leben kümmern aber ist das dann nicht eigentlich auch so eine einlagen darf in der kolonie zu befreien wir haben sie uns halt auch im kieker ne das mit dem flammo und das bleibt ja nicht um beobachtet das nur weil sie sich selbst damit füttern dann kann das von der einen oder von anderen seiten sehen wieder ein bisschen bonus ep wahrscheinlich nur die mit den aufrufe zeichen machen auch dass ich eine quest bekomme habe ich irgendwelche markierung dafür ja vor allem diese fabriken sind mega nützlich nicht verabschiedete höhen ja gerne spielst du oder ein ja das wird eine nebenquist und ich werde mit dem ich werde mit dem Erstmal Entschuldigung, dass ich euch hier mitnehme. Entschuldigung, dass ihr wegen mir durch Monstergebiet müsst. Oh nein, allgemeinwissen werde ich überhaupt nicht schaffen. Oh nein, ich will nicht. Und für ein gemeinwissen? Tion wird zum Lehrer. Na gut, solange ich denen nicht persönlich was unterrichten muss. So, dann besprechen wir mal wieder, was wir hier gerade zusammengetragen haben. Ausbilder Tion und Ausbildung die anderen beiden. Nee. Hm. Auch keineswegs. Hallo, ween. Ja, so hätte ich das auch rausgedrückt. Ausbildung allgemeinwissen. Und natürlich die beiden. Mir war es irgendwie klar, dass Juni genommen wird. Die hübschen Mädels müssen ja genommen werden. Überraschenfürsorglich. Nee. Okay. 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 Genau deswegen wollte er dich als Lehrmeister oder wie? Überraschend fürsorglich. Ich glaube, das meinte sie gerade anders als das Campen. Den prügeln wir manieren ein. Hier sind nur noch zwei, drei Leute. Das habe ich gerade gesehen, als ich hier hingelaufen bin. Die mit mir reden wollen. Da sind auch noch mal Informationen. Wenn ich es richtig deute. Ja, Vorbilder. Wieder etwas, was ich gleich untersuchen darf. Aber erstmal gehen wir zum Übungsplatz. Und zeigen ihm, wie das gemacht wird. Das ist, glaube ich, egal wen von euch. Ich spreche, ne? Ja, warten sie wahrscheinlich hier hoch. Zeit für ein paar Manieren. Entschuldigung, musste ich kurz niesen und habe mein Mikrofon kurz gestummt. Nur die beiden oder auch die anderen? Ich werde für den Trainingskampf. Das ist deine Chance, ihm eins auf die Mütze zu geben. Nutz es, Mädel. Nutz es. Nutz es. Nur die beiden. Mit dem Mädel habe ich Mitleid. Ich trete euch so hart in den Hintern. Äh, den Trainingskampf mache ich wahrscheinlich da vorne. Nehmen wir noch mit denen da. Ne, war nicht anmaßend. Ne, war nicht anmaßend. Ne, war nicht anmaßend. Äh. Genau, so war's. Man sieht, die sind sehr feindlich eingestellt. Man könnte jetzt auch noch so sagen Ciao, ich geh da weg Dann wäre das doch eine Möglichkeit, diese Information zu erlangen Dann würde man sehen, aus den verschiedenen Bereichen Die Meinung dazu Das stimmt Das sollte man nicht vergessen Sie wirkte so, als ob sie eigentlich gerne auch von Noah was lernen will Okay, ich habe an zwei Orten Nebenquesten Ich würde sagen, wir machen hier aber beim nächsten Mal weiter Dann tun wir uns die beiden Wunderlichstunden beim nächsten Mal an Naja, wenn es euch gefallen hat Dann lasst ein Abo und ein Like da Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss